Schütze mich, damit ich weiß, was übrig ist. Ja, moin zusammen. Wir sind hier im YouTube Space Berlin. Ich find's saukrass. Es ist mega schön hier. Geile technische Möglichkeiten, schöner Raum, gutes Essen, gute Drinks. Schön. Also an sich, wenn man sich so überlegt, ist der Song schon mega alt. Also ich glaub anderthalb Jahre alt oder so oder ein Jahr zumindest. Einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben. Und es gibt eigentlich auch eine Version von dem Song, die noch völlig anders ist, als die. Wir haben später nochmal einen neuen Chorus dafür geschrieben. Es ist so dieses Spielgefühl, wie als wir uns irgendwie kennengelernt haben und zum ersten Mal geschrieben haben und geprobt. Ich mag den Song gerne und wir beide haben auch echt gekämpft, so ein bisschen, dass der auf die EP kommt. Und er hat's dann tatsächlich trotzdem geschafft. Für mich eigentlich so der Lieblingssong auf der EP tatsächlich. Man munkelt, dass ich im Schlaf habe, um zu spielen. Dennis, dir fehlt ja ein Zahn, so halb. Sehr gut. War echt gut, war echt gut. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Das ist halt echt sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Genau, ja doch. Ich werde Oberkörper frei spielen, weil das sehr gut ist. Die Jungs, die haben mir so einen Knebelvertrag angedreht. Das geht gar nicht. Ich komme da nicht mehr raus. Und dann muss ich da 60 Minuten lang mir diesen Lärm anhören. Ich will, ich will, ich will, ich will Ehrlichkeit. So, jetzt ganz schnell in den Hohen. Geil. Geil. Geil.